willkommen zurück auf meinem kanal heute gibt es für euch wieder ein unboxing und zwar ist die vermasche die welt box gerade angefangen wenn euch das interessiert dann bleibt jetzt einfach dran ja die box kommt diesmal aus schottland und dort ist auch wieder eine postkarte dabei und dann starten wir mal hier ist von walkers baked whatsits flaming hot ein wahrer snack hält maisflips mit würziger note ja das ist denke ich fast für mein mann da ist auch kein käse drin also kann man das essen dann haben wir noch mal flaming hot scheint anscheinend hier programm zu sein okay aber das wird er nicht essen das sind einmal doritos auch in flaming hot aber tangy cheese tortilla chips mit käse und kräftiger schärfe okay ich glaube das ist weder was für ihn noch für mich da müssen wir mal gucken wer es denn ist ja aber auf jeden fall sehr interessant dann haben wir mag ich sehr sehr gerne und ich glaube das werden wir beide sehr gerne mögen weil es ist aero chocolate caramel und das sieht super interessant aus oder also ich finde das sieht richtig gut aus luftige schokolade mit karamell highlights dann haben wir hier scherbe fontan keine ahnung was ist es das sieht so aus als eine fontäne ist das original oder ist das strawberry i don't know ich glaube normal lakritz oder erdbeereschstab mit brause zum dippen okay ja da werden wir mal sehen ich weiß immer noch nicht so genau was ich jetzt habe ich glaube ich habe lakritz heute so was dunkles drauf ist wir schauen ich bin gespannt dann haben wir hier double decker hatten wir den nicht schon mal irgendwie kommt er mir so bekannt vor milchschokolade mit cremiger nougat füllung und crispy cereal ja das klingt sehr sehr lecker also die ganzen süßigkeiten aus den englischsprachigen finde ich immer sehr interessant dann haben wir einmal milky bar cookies cream bites die werden sehr sehr lecker sein denke ich so was sieht so was ist ganz nach meinem geschmack da freue ich mich vielleicht vernasche ich auch noch das ein oder andere heute stil echt in meinen sportklamotten dann haben wir einmal toffee crisp die sehen ein bisschen aus wie twigs das ist köstliches toffee und knusprige rice crispies umhüllt von zarter milchschokolade naja das ist ähnlich würde ich sagen dann haben wir hier hoppnops das sind die das sind haferflocken mit hoppnops keksstücken sirup und butter überzogen mit milchschokolade okay mit sirup tja bursting with oats wir werden mal sehen was das ist ne und zu guter letzt ist da noch ein getränk drin und das kenne ich tatsächlich vom ächtchen das ist das bubblegum getränk ja das kenne ich tatsächlich vom action das ist okay aber haut mich jetzt nicht um ja das war die box ich habe irgendwie das gefühl es werden immer mehr produkte in der box das sind jetzt drei vier fünf neun waren das schon immer so viele ich weiß es nicht naja auch diese box hat mir sehr gut gefallen wir werden uns da wieder durchprobieren und ja das wird jetzt unsere vorletzte box glaube ich werden weil wir das deabonnieren aber nicht weil uns die box nicht mehr gefällt sondern einfach weil wir die süßigkeiten nicht mehr zu hause haben wollen weil wir sie ansonsten nämlich auch essen ja das ist der grund weshalb wir es nicht mehr wollen aber wir werden die bestimmt irgendwann nochmal wieder neu abonnieren ja ihr lieben das war die box aus schottland ich hoffe es hat euch gefallen wenn das so ist denn lasst dem video gerne einen daumen nach oben da folgt mir auch gerne hier und aktiviert die glocke damit ihr keine weiteren videos mehr verpasst und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal tschüss 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 Vielen Dank.